Musik Im Zusammenhang mit der Gebäudeaufnahme vom Hotel Alpina in Chiatsche haben wir das Gelände und die Dächer des umliegenden Gebäudes aufgenommen. Für die Aufnahme haben wir uns für Drohnen entschieden, das ist kostengünstig und effizient. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir ein hochauflösendes Autofoto bekommen haben, das die Landschaft sehr gut darstellt.